Haben Sie da nicht auch eine moralische Verantwortung? Frau Bötzelsberger, wir haben jetzt eine Möglichkeit, wir haben jetzt eine... Ja, aber das kann schon passieren bei Ihnen beiden. Wissen Sie, wir haben jetzt eine Möglichkeit. Wir können jetzt das Gespräch so führen, dass Sie versuchen, einen Rekord beim Unterbrechen herzustellen. Das ist eine Möglichkeit. Oder wir können es so führen, dass Sie die Fragen stellen und ich gebe die Antworten. Ja, genau, das habe ich vor, aber da müssen Sie mich auch antworten lassen. Und wenn Sie eine Kurve nehmen und ausschleifen, dann erlauben wir uns auch manchmal zu unterbrechen. Aber die Alternative ist dann, dass Sie sich gegenseitig interviewen. Dann kriegen Sie die Fragen und die Antworten, die Sie gerne hätten. Aber ich fürchte, dass das niemand interessiert. Also das wäre mein Vorschlag.